In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das ist die Amsel. Die erste Silbe heißt Am. Sie beginnt direkt mit einem Vokal. Deshalb musst du in das erste Feld nichts reinschreiben. Als Vokal schreibst du in das rote Tor den Vokal. Den Vokal A. Hier sprichst du den Vokal anders, als du ihn schreibst. Du schreibst den Vokal A. Du sprichst ihn aber A. Amsel. Am. In dem roten Tor fehlt jetzt noch ein Konsonant. Es ist der Konsonant M. Amsel. Die zweite Silbe heißt Sel. Sie beginnt mit einem S, dem Bienenes. Sel. Hinten als Endung hast du L. Du schreibst dafür E-L. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal. Du schreibst. Ginnel. Vielen Dank.